Was ist eigentlich Doxing? Immer wieder werden Politiker, Prominente, aber auch Privatpersonen Opfer von Hackerangriffen. Dabei werden sensible Daten gestohlen und zum eigenen Vorteil benutzt oder mit schädigender Absicht veröffentlicht. Eine technisch recht einfache Form des Hackings ist das Doxing. Dabei werden mithilfe des Internets personenbezogene Daten zusammengetragen und anschließend veröffentlicht. Dafür wird auf frei zugängliche Datenbanken, soziale Medien, aber auch auf Social Engineering zurückgegriffen. Das passiert schneller als man denkt, denn jeder kann Doxing betreiben. Das Zusammentragen der im Internet kursierenden Daten unterscheidet sich kaum von der Arbeit eines Polizisten, Detektives oder Journalisten. Auch sie durchsuchen verschiedene Quellen nach Informationen über bestimmte Personen. Somit unterscheidet sich das Doxing vom eigentlichen Hacking, bei dem Lücken in fremden IT-Systemen gesucht werden, um Daten zu stehlen. Aber auch zuvor gehackte Daten können für die Doxer eine willkommene Informationsquelle darstellen. Also, immer schön vorsichtig sein bei Daten, die ihr selbst ins Internet stellt.